Moin Leute und herzlich willkommen zu MyFriend Pedro. Pedro ist eine Banane und unser Sidekick. Und ja, apropos Kick, wir werden hier auf jeden Fall eine ganze Menge Gesichter verbiegen. Es ist eine relativ stumpfe Ballerei, allerdings gibt es ein paar ganz nice Moves. Und es geht hier tatsächlich darum, die Leute möglichst spektakulär und mit Kombos irgendwie umzunieten. Du kannst also hier zum Beispiel den anvisieren und auf den schießen, dann schießt ihr auch beide gleichzeitig, was ziemlich nice ist. Und wie ihr schon gleich gesehen habt, hat man also auch einen Zeitlupen-Knopf. Unten links auf der Anzeige steht immer, wie viel man davon noch hat, das fühlt sich auch wieder auf. Die Schütztürme installieren sie praktisch von selbst. Das war ein Malheur. Da zeigt er einmal, wie man Kugeln ausweicht. Sollen uns jetzt nicht weiter interessieren. Warte, zack, 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 zack. Ausbrechen. Er lebt ja noch. Warte. Dann flog dem Opa direkt der Hut weg. Okay. So, in etwa stelle ich mir das vor. Jumpt man hier durch. Blam, blam. Und macht einen schönen Kick, Alter. Bäm. Einziges, was manchmal etwas verwirrend ist, ist, dass man an den Treppen halt so automatisch quasi die Seite wechselt. Und genau das meine ich, Alter. Schön stylisch die Leute umsnacken. Wunderbar. Gucken wir auf die Wertung. Nicht besonders gut. B für total Banane. Das ist hier gar nicht so spinne. Gut. Fucking awesome war das. Erstaunlich. Umtreten mit Schwanzgesicht, Alter. Einmal schön gegen das Schienbein treten. So muss das aussehen. Es ist witzig, dass die Gangster alle so eine Rentnertypen sind, Alter. Jetzt wird es überleglich wahrscheinlich. Das ist so cool, Alter. Und das ist jetzt ein bisschen eklig. Und dann gehen wir noch. Und dann gehen wir noch. Ganz ruhig, mein Sohn, Alter. Das war, das fand ich übel, ey. Komm, 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 komm. Ah. B für Boah. Ne. Es macht schon Laune. Also es macht schon wirklich Laune. Nein. Wo? Bam, 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 bam. Wenn die Ablass geht, Alter. Ich kicke ihm das Fass auf den Kopf, Alter. Ich kicke ihm das Fass auf den Kopf. Ich kicke ihm das Fass auf den Kopf. Man kann sich auch beim Rollen... Oh, man kann beim Rollen auch mal anfangen, nee, kann man nicht. Ach, fuck. Man muss sich leider umtreten. Yes! Hey, bing! Hey! Oh, oh! Oh, oh! Das war cool, dass die Leichen halt tatsächlich auf Deckung fliegen. Oh Leute, ich glaube, der kann seinen Kollegen sogar abknallen. Mehr Gas geben. Und dem trete ich auf den Kopf. Oder auch nicht. Ich trete die mit einmal in den Rücken. Bäm, 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 bäm. Vielleicht nicht schaffst du den Kerl mit dem Ball auszuschalten. Und jetzt wird's... Jetzt wird's explosiv. Schön mit Körperteilen treten, Alter. Baaah! Was soll aber rüber durchschießen können? Voll frech! Ich bin völlig in der Zone der Tür, Alter. Ja, ich bin völlig in der Näheinen. Geht! Ich bin völlig in der Dritte. Das ist der Line-Hunter. Oh yeah! Oh yeah! Keine Ahnung warum ich da die Combo verloren hab, aber egal. Das bockt total das Game, Alter. Ich hab einen vergessen. Moment! Haben wir ihn. Na, da ist der Metzgerboss. Vielleicht sag ich nicht. Ich bin verletzt, da wird nicht meine Gefühle. Rutger. Ja, genieß mal ein bisschen die Musik, Jungs. Kaum übertrieben. Nö, er ist übrigens tot eigentlich. Hier, da auch auf einem Reifen durch die Gegend sliden. Kann wahrscheinlich die ganze Zeit zur ganzen Zeit überfahren, wenn man das richtig macht. Uh, Hallöchen, Combochen. Genauso funktioniert Motorradfahren. Sehle Höhe. My plan. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das ist der Boss, der Fleisch-Globs. Da ist der Boss, der Fleisch-Globs. Da kann man nochmal aufhalten. Hier ist nämlich auf dem Zeitplan. Uh. Leut. Seine Karre, was geht. Wow. Okay, er kann fliegen. Flyhacker. Oh. 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 Oh shit, war das knapp, Alter. Uh. Puh. Zum Ende war es dann echt noch ein bisschen knapp. Okay, das gab tatsächlich endlich mal ordentlich Punkte. Holy shit, Alter. Sagenhaft. Neuer Rekord. Platz 1 Bestenliste. 9,8 Millionen. Oh shit, Alter. Da hat aber richtig rasiert irgendwer. Ja, sau geil auf jeden Fall. Na gut, auf jeden Fall. Das ist My Friend Pedro. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, das Game. Also ich finde, es taugt auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Bock. Wie lange das dauerhaft zockbar ist, weiß ich natürlich nicht. Aber also Ersteindruck ist auf jeden Fall extrem spaßig. Spielt sich sehr gut. Sieht cool aus. Und ist ein sehr netter, sehr netter Titel auf jeden Fall. Däumchen wäre ein Träumchen. Und ansonsten schreibt mir noch irgendwas Nettes an das Video, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten lasst es halt bleiben. Adios und tschüss.